Was geht hier? Ja moin Brutalen Schaden Danke dafür, wer auch immer das war, das ist um Spaß, ich werde die jetzt so aufhalten Ja der macht ja jetzt keinen Schmutz mit den anderen so Doch Mega, lass dich einfach vorbei, wenn du selbe Schaden hast MB6 ist halt auch auf Nein, ich mach mit Da gibt'n P-Foot Da gab'n ziemlich slowen hinter mir Dega, wer war das? Also mein D5 oder so Ja, also es sind jetzt hier, du musst auch sagen, es sind hier echt einige drinnen, die ja keinen Plan haben wie das ist Und es war einfach direkt im Social Race mit, das geht eigentlich auch nicht Ja dieser Mind D5 ist halt völlig wild gerade gefahren Er hat sich halt volle Karte gedreht, hat weder Flügelschrott gefahren so, aber Geil Super, super Format, echt Wir hätten halt so, wir hätten eigentlich so das Wissen ausgesprochen Also es ist okay im Social Race also das ganze Wissen machen Ja, nein, wir hätten halt, ja An sich fast klar, dass es passiert so Wir haben halt den, wir hätten den Wissen zumachen wollen Wir hätten halt nur noch Leute nachgefahren Na, hey Digi, der erste Crash war mit Leuten vorne Ja, ja, genau, aber trotzdem so, dass Leute radikal jetzt fahren Und das wird auch im 50% nicht anders sein Da werden auch Leute einfach radikal unterwegs sein Von die neuen, viele von den neuen Leuten, die jetzt gerade gefahren sind Ja, aber dann hab ich lieber eine Season nur mit den alten Ja, man weiß ja auch nicht, wer das ist, so und wie schnell Man muss halt erstmal schauen, also Ich war in das Format, das bisschen Bild auf das Onsetup wechseln darf und so Ja, egal, wie willst du das kontrollieren? Ja, deswegen, das Format vom Scheißen Ja, das scheiß ich eigentlich nicht machen In einem richtigen Rennen Ja, vollkommen egal, so Das Setup wechseln kannst du, der wechselt auf den Es gibt schon Leute, die gehen dann fürs One-Shot-Quotty und fürs Five-Flapper auf den Setup und danach rennen Hier wird niemand das Setup direkt verbrauchen Nicht jetzt, ich meine, wenn ihr überlegt, das Format für die Season zu machen So, nein Das kann man... Ah Ja, das kann ich jetzt auch nicht bewerten, wenn man einmal so Für mich war es doch gut gerade, weißt du, ich könnte jetzt genau das Gegenteil sagen Ich glaube, die Pizza ist bei mir Ich glaube, die Pizza ist mein Schau Ich glaube, die Pizza ist dabei Ich glaube die Pizza Ich glaube, die Pizza ist dabei Hier ist der Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man Ich bin ja von den schnellen Leuten, die dann alle rausgecrashen Noi Spitz ist einfach neben mir Nd6 Hashtag und ich und Spitz und jetzt vor mir ist noch einer Jetzt war ein bisschen lang, aber Hashtag ist super schnell Martin hat sich gedreht, ich glaub der war zweiter oder so No joke No joke No joke No joke Der ist ja nie klar, bei dem Penalty Ich bin ja kein Räutor Jetzt bin ich nicht Ich bin nie Ich bin nicht 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020